Maximale Beladung und Belastung. Der neue Daily ist der robusteste unter den leichten Nutzfahrzeugen, der länger hält, was er verspricht. Der exklusive hochfeste Leiterrahmen, welcher aus speziellem Stahl gefertigt ist, garantiert nicht nur lange Lebensdauer, sondern bietet auch die optimalen Voraussetzungen für jede Art von Aufbau. Das solide Fahrzeugkonzept hat alle Vorteile einer widerstandsfähigen und modularen Lösung. Bei Fahrgestellen absolute Robustheit sowie höchste Aufbaufreundlichkeit. Bei Kastenwagen höchste Ladeeffizienz in seiner Klasse. Der neue Daily ist das einzige Fahrzeug seiner Klasse mit einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 7 Tonnen und einer Tragfähigkeit von bis zu 4,7 Tonnen bei Fahrgestellen und über 4 Tonnen Nutzlast bei Kastenwagen. Der neue Daily – natürlich stark!